Welcome to Cinema. Das ist halt so. Ich unterbreche, wenn Kunden rein, weil Kunden gehören nicht aufs Band. Heute ist die Frage für alle The Master. Also der Master, der euch beibringt, wie ihr vor der Kamera arbeitet und natürlich wie ihr im Literarischen, Phonetischen unterwegs seid. Ich war ja hier Professor Dr. Harald Lesch, dann Roland Emmerich. Roland Emmerich, da würde ich mich schon, doch der hat ja verdammt tolle Filme gemacht. Wen haben wir denn noch da? Valentin Staff, Jürgen Klopp sogar. Ich weiß nicht, jetzt frage ich euch allen Ernstes, wie kann Jürgen Klopp euch als Master im Film, wie kann er? Deswegen, Til Schweiger lassen wir ja noch gefallen und diverse andere auch. Aber, hey.